Ich starte die Aufnahme, das Licht ist an, ach Mist. Ja und der Zombie schmeißt mich dort runter, egal jetzt mir. Du bist tot? Bist du tot oder nicht? Weil dann könnte ich meine sinnlose Aktion jetzt abglasen. Nicht tot. Könnte mich töten lassen. Ne, 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 ne. Ich versuche jetzt mal den Typen zu treffen, der hier wild rumschießt. Mach 8 Frames, doch der Kampf geht weiter. Nicht ein Schlacht, eine Rettungsaktion. Dein YouTube-Channel mit. Ach so. Ne, der Zombie kommt, Mann, ich will jetzt nicht wieder sterben. Ich bring das freundliche Licht mal in die Kirche. Kann sich in der Standalone nicht ausgrenzern. Gott, es sieht es dumm aus, wenn du in der First Person bist. Okay, ich muss den Typen finden. Hast du Ammo für deine Mosin oder? Ja, ja, genügend. Also 20 Schuss oder so. Dann läufst du mit einem auffälligen Licht tot an ihm vorbei. Oh, hier ist noch ein Zombie. Also hier. Hier ist ein. Hey ho, you like my friendly light? Hey ho. Boom, boom. Oh. Der Mosin mit dem. Da ist immer noch die Mosin. Talking German. Na klar. Okay, okay, okay. Bring mir das freundliche Licht zu unserem Sniper. Okay. Ich weiß nicht, ich habe gehört, freundliche Lichter bringen Sniper zu weinen. Oh, meinst du, meinst du es stimmt? Hallo. 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 How is it going, dude? Hallo. I have a friendly light. Ich kann auch Deutsch sprechen. Ich kann auch Deutsch sprechen. Oha. Oha. Schießt du auch auf Menschen mit freundlichen Lichtern? Oh, er ist tot. Oh, er schießt definitiv auch auf Menschen, nicht nur auf Zombies. Oh Gott, wie viele Zombies er unlockt und die rennen alle hinterher. Okay, okay, jetzt muss ich rational denken. Ich muss Frontal auf ihn zurennen. Hey Gott, hey, come on. You need to protect our darkness. Blitz blenden und danach dann... I don't want to protect myself. I just want to bring the light to the guys in the darkness. When he's shooting people, he's living in darkness and I want to bring him the light of wisdom. Yeah, we need to bring him the light to know. Also, ich hätt die alle umgelegt. Du raus, ne? 5 Zombies hinten rein. Aber ein Bride trifft man auch nicht so oft. Aber irgendwie hast du gegen Zombies keine Chance, wenn du keine Feuerachs hast. Die blöde Gabel hat ihm nichts geholfen, Alter. Ich glaub, der ist irgendwo da hinten in der Hügel. Vater, warte. Oh, nein, ich rutsche, ich rutsche, ich rutsche. Okay, geh wieder. Hä, schießt der aus diesem Orangenhaus raus? Ich weiß es nicht. Ich doch auch, Alter. So dass ich ne Bandit. Scheiße. Ach, sorry. Ich denk, ich hab ne Bandit. Und da kommt schon wieder der Scheiße. Okay, der andere Typ hat da auch Probleme mit Zombies. Ich mach mal nicht wieder. Ey, gib mir mal kurz einen Quick Guide, wie ich Zombieschlägen ausweiche. Äh, hinrennen, ins Gesicht hauen, wegrennen. Das war quick. Hey, UK guy, you're still here? Und man kann nix looten wegen dem Huren zusammengehalten. Woll, hat der den erschossen? Ah, nee, nee, nee. Hey, Gaw. Hallo, Light, 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 we need to protect it. Okay, die stehen am Dach und lassen sich vom Sniper anschießen. I bring you the light of wisdom. It's not that hard to die. I bring you the light of life, of happiness. And of frustration. But it's still a light. Dude, we need your light. Throw the light at him. Okay, you know where the sniper is? From the pub, right in front of us. Okay, orange building, I think, I guess. Or building with orange stripes in the first floor. I think he will stop if I just talk to him. Just hide, I'm going to talk to him. Just hide, I'm going to talk to him. I'm going to talk to him. I think he is going to talk to him. Oh, this is a bad thing. Oh. Hey, Leute, I'm just bringing you the light of wisdom, okay? The light of happiness. The light of a funny game. Ich denke, du bist nicht so glücklich und freundlich und jetzt ist es lustig, Menschen zu schießen, aber es ist mehr lustig, sich vor einer Licht zu sitzen, du kennst? Ach, ich glaube, ich versuche das zu tun. Ja, also ich gehe alles schon umgebracht. Aber auch das Rübenritt, das Maschi, ist einfach das Licht mitten in die Menge reinzusetzen und wenn sich alle dann viel Licht nirgeln, wird er auch interessiert. No, jetzt kommt das scheiß Zombie und ich bug fest und meine Sicht. Alter, ich kann mich nicht mehr bewegen. Wow, danke Spiel, danke. Danke für diese DayZ-Momente. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Herren. Nein, das ist noch nicht aus. Ich... Hör auf, erst auf zu kämpfen. Okay, okay, okay. So, bandagieren. Dann nachladen. Und dann zurück ins Haus und enttöten. Und dann verbrennen oder so. Irgendwas gemeintes. Lol, da kommt das nächste Zombie. Fuck, Alter. Okay, es geht nicht mehr. Ah, nee. Komm, 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 komm. Ja. Die Feuer reparieren. Es geht nicht mehr. Okay. Den Typen bring ich um. Drei Schuss. Lol, jetzt packe ich den Zombie fest. Also, zwischendrin ist das echt traurig drüben, Ritter. Wolltest du einfach die Lampe nach mir schmeißen, dass er geblendet ist und ihn danach aufreißen. Ich bin ja gar nicht mit der Lampe da hingegangen, also. Direkt die Wumme gezogen und dann direkt den Tor hingegangen. Okay, ich durfte mich getroffen. Hallo, ich bringe dir die Lampe. Hallo. Ein schöner Kampf, Leute. Ich würde sagen, es war ein schöner Kampf, nicht wahr? Es war ein schöner Kampf. Ich denke, wir können hier gerade stoppen und... Schau an die freundlichen Licht. Ja, aber Torf, bedenk mal, wenn du schließt, mach es aus. Okay, ich bin tot. Hey? Hey, Mann. Aber dass diese Wichse, also wirklich, du musst ja eh schon so einen kleinen Schwanz haben, wenn du dich einfach in den Noob-Stadt setzt mit einem Sniper-Gewehr und die Leute einfach wegknallst, die noch nichts haben. Und dann halt aber noch nicht mal den Witz oder den Humor zu haben, mit jemandem zu reden, mit dem man gerade kämpft, ist halt wirklich... Also entweder du bist ein kleines Kind oder ich weiß nicht, was mit den Leuten dann nicht stimmt. Kann gut. Vor allem ist es so aufwendig, diese blöde Lampe zu suchen. Und du kannst sie immer noch nicht aufnehmen, mit dem Inventarmenü. Du musst das immer in First Person machen. Und dann schätzt er es nicht, wenn man dieses Licht zu ihm bringt. Geh mir weg mit dem Licht, da kann ich nicht schießen. Ja, ich verstehe dich nicht. Mein Gott. Wo ist denn das Problem, mit den Leuten zu reden? Ich habe nichts gegen PvP. Ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, jemanden direkt ins Gesicht zu punchen, weil er einen Meter vor mir stand, mit der Waffe am Rücken und mit mir geredet hat. Leute, ich bin... Aber warum machst du es nicht? Ich glaube, ich bin ein Elektro. Mann. Oh ja, ich glaube, ich bin wieder ein Elektrogesport. Ich renne nochmal hin. Oh, der war echt nett. Und was dich passiert ist früh wie gestorben. Ja. Aber ich... Ich... Ich bin wieder ein Elektro, ich werde mich noch ein bisschen beleidigen. Der schießt immer noch. Worauf schießt du denn jetzt? Aber mal ganz ehrlich, ich habe einfach eine Waffe genommen und dann ihm das Licht der Heppnis gegeben. Also es ist Mündungsfeuer. Ja, ich habe ja dann versucht mit der Mosin auf ihn zu schießen. Aber das... Ja, mit den Frames, 11 Frames, ist das halt einfach unmöglich. Ich bin wieder ein Kamivowo. Kamivowo? Ich bin auf jeden Fall in den Elektro. Also wir könnten jetzt entweder uns treffen und Spaß haben, oder ich renne nochmal zu dem Typen und beleidige ihn. Krass. Du rennch jetzt rüber und ich renne in der Zeit nach Elektro. Ich... Ich möchte ihn aber noch beleidigen. Keine Ahnung, mir fällt nur grad nichts Intelligentes ein. Ich hoffe, die Bullen nehmen mich jetzt nicht hoch, Alter. Loll. Hat du verarmst denn? HEROIN! Ey, yo! Guy! Wieso? Du bist ein verdammtes Idiot. Du es passt ganz gut zu dem Dietzhnen... Wieso? Du hättest... Du hättest... Eine Freundinheit... Eine Freundinheit... Eine Freundinheit... Eine Freundinheit... Eine Freundinheit... Aber... Du hast entschieden, weiniere스크. Das war sehr... Trud. Oh f**k, oh f**k Ich glaube ich habe Antibonisch angefunden Das ist nicht gut, was du machst, es ist nur dumm Ich hoffe, du blieb zu death Da ist er auf Bauarbeiter, du bist jetzt auf die Bilder Da, jetzt steht er da, jetzt blutet er Oh, lol, das war ein anderer Wie viele Leute mit blauen Rucksäcken rennen hier bitte schön rum Hey guy, inside, you're a f**king idiot, you know that You could have had the light of wisdom, but I see It would have needed more lights for you Ach, ich beleidige dich jetzt einfach noch ein bisschen auf Deutsch Wobei du bist eigentlich nicht wert, tschüss, ich habe Spaß Oh, lol, wie viele Zombies hier sind, das ist krass Ich hole die jetzt auch noch, ach nein, ich hau die jetzt noch, komm Wenn, dann richtig in die Fresse Ja, das Problem ist, dass er halt immer noch in seinem Haus rennt Ich renne jetzt mal ein bisschen durch Lol, wie viele Tote liegen da Ja, nix mal Wieso sind nach mir da auch noch Leute hin und gestorben, das verstehe ich nicht Eins, zwei, drei Boosie zu mir Ich habe das Gefühl, hier spawnt einer immer wieder mit gedupend Blut und versuchte zu töten Oder keine Ahnung Wie können innerhalb von 30 Sekunden noch zwei andere Typen da sterben? Und mehr als 30 Sekunden Oh, ich habe die Drogen verfolgt Tralalala, tralalala, tralalalalala 1-Banana, 2-Banana, 3-Bananas, 4-4-4-Bananas, have a little fun with light Mann, ich kann den Text nicht Mann, hört We remember no surrender, heroes of a century Oh, Tom Lol, der steht da gar nicht mehr, der schießt irgendwo anders, der ist wieder oben Oh, fuck, er ist ein Rebelle Ja, warum schleischst du dich nicht einfach an und punchst ihn um, Rübenritter? Versuch ich gerade Also, äh, nein, ich versuch gerade, hier irgendeine Waffe zu schnappen Ich habe drei Zombies immer dran, ich renne immer im Kreis um das Haus und versuch gerade, die Waffe zu bekommen Das mit den Zombies ist so schlecht gemacht, ey, weil Jetzt, oh, jetzt hänge ich ständig fest Da hätt ich die Feuerachse, du willst ja auch nicht Selten findet man die wieder Lol Lol, jetzt haben sie... Oh, nein Ach, ich renne jetzt wirklich hoch Wart, halb mir die Zombies loswerden We remember no surrender, heroes of a century Mist, ich hänge an der Leiche fest, glaub nicht, oder? Doch, ach, das ist alles so schlecht geplant Komm, gib mir Angst, nein Ich kann die Sachen am Boden nicht mehr Und die Zombies baggen vor mich Und blockieren den Weg Night Bomber Regiment 558 Lol, jetzt hauen sie mich, obwohl sie gar nicht da sind Also, wer das Video bis hierhin geschaut hat, bloß nur Spät I'm dying for the light For the light for some Oh, ich hab ihn sogar noch gehauen Und es sind zwei Typen da oben drin Hast beide umgehauen, oder? Nein, aber ich hab den einen auf die Fresse gegeben Das Blöde ist, ich muss immer den Push-to-Talk-Button ingame drücken Das sind doch einfach mit Doppel-Cups gedrückt Ach, scheiße, stimmt Ich bin wieder... Ich seh wieder den scheiß Leuchtturm Ich bin wieder in Elektro Jetzt kann ich wenigstens drei... Ja, das Sniper-Haus gegenüber Von... von der Feuerwehr Das Sniper-Haus gegenüber von der Feuerwehr Sagt mir gleich, viel wie der Baum mitten im Ball zwischen Czerno und Palota Okay Du rennst die Hauptstraße durch Elektro Rechts steht Feuerwehr Und links ist direkt ein Haus mit orangen Streifen Unten und oben, ein bisschen weiter oben am ersten Stock Und da drin sitzen die ganz oben Und Snipern alles weg, was kommt Kleine Sackgraten So, jetzt seh ich auch mal die neue Stadt Ich bin grad in der neuen Stadt, wo ich vorher noch nie war Ich freu' nicht Geil Das kenn ich nur aus Moonday-Videos Dieser Moment Habe jetzt mal mein Fahrzeug geweckt, Alter Jetzt richtig geiles Schlitten Verliere nur ich die Verbindung, oder du auch, Tom? Der antwortet schon gar nicht mehr Ich geh mal Achso, die Aufnahme kann ich auch